Der richtige Umgang mit Licht und Beleuchtung ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Professionalisierung der eigenen Darstellung. Das macht wirklich einen Unterschied, ob ich unterbelichtet bin, also zu dunkel dargestellt werde, zu hell dargestellt werde oder auch im richtigen Licht auch angezeigt werde. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, je nach Geldbeutel und natürlich auch gerade der Mobilität, denn es macht einen Unterschied, ob ich ein Büro habe, wo ich wirklich Platz habe für eine Lichtinstallation oder ob ich im Homeoffice am Esszimmertisch bin, wo eine Stunde später die Familie sitzen wird. Hier helfen zum Beispiel als mobile und günstige Lösung für um die 50 Euro herum sogenannte Ringleuchten oder Ringlichter, die per Stativ an die Tische festgemacht werden. Und das sind LED-Lampen in Form eines Kreises, mit denen ich Helligkeit und auch Farbtemperatur verändern kann. Helligkeit ist, glaube ich, relativ klar, da kann ich dann das Licht heller und auch dunkler machen, mich selber auch heller ausleuchten und Farbtemperatur, ob ein Licht dann mehr ins Gelbliche oder mehr ins Bläuliche mit reingeht, um somit einfach auch eine gewisse Stimmung mit zu erzeugen. Wie gesagt, um die 50 Euro rum für ein Ringlicht, das ist keine Profilösung, aber immer noch besser als gar nichts. Und es macht wirklich deutliche Unterschiede, gerade wenn man irgendwie in einem Raum sitzt, wo ein Fenster auf der einen Seite ein Gesicht zur Hälfte beleuchtet und eine andere Hälfte vom Gesicht dann absolut im Dunkeln tappt. Wer ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat und auch den Platz vor allen Dingen, kann sich für 100, 150 Euro sogenannte Videoleuchten auch anschaffen mit stativen Tageslichtlampen, etwas hochwertiger, besseres Licht, weil ich es auch besser positionieren kann. Und diese Lampen, die haben vorne einen sogenannten Diffusorstoff, der eben dafür sorgt, dass der Lichtkegel eben nicht so hart auf das Gesicht trifft, sondern abgemildert wird, was eben auch die Glanzflecken und auch das Glänzen im Gesicht etwas reduzieren soll. Letztendlich mit dem Glänzen im Gesicht lässt es sich nicht hundertprozentig, ich sage mal, abschalten, außer man hat natürlich eine Maske, wo man vorher kurz durchhuschen kann, um sich ein bisschen Puder ins Gesicht zu streuen, wie es eben im Fernsehen auch, ich sage mal, üblich ist. Ja, wie gehen wir ansonsten mit dem Licht um, wenn wir zum Beispiel durch Fenster oder Gegenlicht im Prinzip sehr beeinträchtigt sind, denn oft können wir ja die Architektur eines Raumes kaum beeinflussen. Und wie jetzt in diesem Video nochmal sichtbar, ist ja ein Gegenlicht wirklich eine knallige Herausforderung. Und wenn sich das überhaupt nicht vermeiden lässt, das Gegenlicht, hilft eigentlich nur von vorne eine noch stärkere Lichtquelle, damit einfach die Person auch deutlich auch dargestellt und angezeigt wird. Grundsätzlich zur Position der Lichter, wir haben ja so diesen Grundsatz mit Ausfallswinkel gleich Einfallswinkel, was auch so Reflektionen an Brillen zum Beispiel auch ausmacht. Wenn ich jetzt die Lampe oder den Scheinwerfer direkt vor mich hinstelle, dann wird diese auch ganz klar in einer Brille auch reflektiert. Das heißt, ich habe jetzt meinen so leicht links von mir stehen und leicht rechts von mir stehen, wenn wir auf der Uhr etwa auf 10 und 2 Uhr. Und wenn ich mich jetzt direkt dorthin drehe und hingucke, dann sind natürlich auch die Reflektionen entsprechend sichtbar. Das heißt, wenn ich Brillenträger bin, auf die Reflektion achten muss, am besten von der Seite. Von oben muss das Licht kommen und dann kann man zur Not die Brille auch noch so ein bisschen nach vorne kippen, dass hier der Winkel noch entsprechend verändert wird. Diese Art der Reflektion ist aber nur die halbe Miete in digitalen Veranstaltungen. Viel herausfordernder ist nämlich die Lichtquelle direkt vor mir, nämlich der Monitor. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel ein Browserfenster hier habe mit einem weißen Feld, dann spiegelt sich das natürlich auch direkt in der Brille wieder. Und je nachdem, welche Helligkeit mein Monitor hat, sieht man das auch. Das hat mich sehr, sehr lange auch in Webinaren auch mal sehr, sehr gestört, auch mal in eigenen Veranstaltungen, bis ich mal auf die glorreiche Idee gekommen bin, einfach die Helligkeit des Monitors zu reduzieren. und weiße Flächen von den Programmen und den Fenstern, die ich zeigen möchte, auf einen zweiten Monitor ein bisschen links von mir zu setzen, eben dass ich jetzt nicht diese direkte Reflektion habe. Das ist jetzt erstmal so ein ganz kleiner Überblick zum Thema Licht und Beleuchtung, mit dem wir aber schon eine Menge an unserer eigenen Darstellung auch machen können. Ich finde es toll, dass ihr es bisher jetzt mal ausgehalten habt. In den nächsten Videos geht es auch nochmal um Bild und um Ton. Und bis dahin erstmal viel Erfolg beim Umsetzen, beim Ausprobieren. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss.